heute feiern wir oder feiert tobi lotter besser gesagt den vierten geburtstag ja ihr habt richtig gehört tobi lotter gibt es schon seit vier langen jahren also seit 2015 und ich bin mega glücklich wir haben so viele sachen durchgemacht ich und lotter in diesen langen jahren wir haben so viel miteinander gebastelt genauer genommen über 400 bastideen sind um den dreh mittlerweile schon und ja ich durfte auch einige tolle kooperationen eingehen mit sony pictures mit universum film mit nintendo mit kittings ja und mit folie und 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 also es gab auch viele tolle kooperationen mit cute baby die waren ja auch hier mal auf besuch ihr habt die episode wahrscheinlich alle gesehen also wir haben wirklich vier lange tolle jahre miteinander verbracht und ich bin richtig happy dass ich das ganze auch durchgezogen habe denn viele von euch wissen ja dass ich tobi lotter das projekt komplett im alleingang immer noch mache also die kulisse habe ich selber gemacht die grafiken die animation videoschnitt film licht bastelideen die homepage also wirklich von a bis z mache ich immer noch alles komplett alleine und es gab zeiten es gab schwere zeiten da wollte ich aufhören aber ich bin richtig happy dass ich trotzdem weiter gemacht habe und euch da draußen ein bisschen kreativität auch geben konnte weil ich finde es gibt nichts schöneres wenn man die eigene kreativität weitergeben und verschenken kann und ich hoffe euch da draußen durfte ich zumindest in den letzten vier jahren eine freude damit machen ja und passend zum heutigen tag passend zum geburtstag von tobi lotter gibt es tolle neuigkeiten nicht nur für mich sondern und vor allem auch für euch da draußen und ich bin richtig happy dass ich euch davon erzählen darf weil am anfang wusste ich ja gar nicht ob ich das überhaupt sagen darf aber ich bin richtig happy dass ich euch das jetzt sagen darf und dass ich euch ja auf dem laufen halten darf es geht nämlich um eine direkte zusammenarbeit mit der firma kiddings aus deutschland also das bedeutet ich arbeite jetzt mit kiddings direkt zusammen und für alle diejenigen die sich jetzt fragen ja aber wer ist kiddings überhaupt kiddings ist eine deutsche vertriebs- und vermarktungsfirma die ist zuständig eben für die vermarktung und für den vertrieb von vielen tollen trickfilmen hörspielen und so weiter darunter auch bb blocksberg bb und tina benjamin blümchen jetzt wisst ihr wovon ich rede ihr kennt ja bb und tina bb blocksberg oder benjamin blümchen zumindest eh alle hoffe ich zumindest mal und genau darum geht es also auf den offiziellen bb blocksberg kanal wird es diesen sonntag also schreibt euch dieses datum gerne auf diesen sonntag um 16 uhr ein video geben und dieses video ist in zusammenarbeit eben mit kiddings entstanden also ich durfte das video für sie produzieren und ich bin richtig happy und stolz darauf dass ich ja das auch künftig machen darf und wenn ihr wollt dann schaut ganz gerne auf den offiziellen bb blocksberg youtube kanal vorbei das video wird am sonntag also diesen sonntag am dritten märz veröffentlicht um 16 uhr also schaut auf jeden fall vorbei und wenn ihr wollt dürft ihr auch ganz gerne unterhalb des videos direkt beim bb blocksberg kanal kommentieren falls euch das video gefällt ich möchte euch auch gar nicht zu viel verraten schaut doch einfach vorbei ja und wie wird es mit tobi lotter weitergehen also vor von weg schon mal gesagt mit tobi lotter wird es weitergehen nur ist es hat ebenso früher habe ich wirklich jeden samstag 38 ein video hochgeladen mindestens es gab manchmal sogar zwei drei videos die woche aber jetzt ist es einfach so ich möchte das ganze nicht mehr so mit ganz viel druck und stress angehen weil ich habe mich selber auch sehr oft unter druck gesetzt also ich möchte das ganze richtig entspannt angehen und meistens wird es am wochenende ein video geben aber es kann auch manchmal passieren dass es kein video gibt also wie gesagt ich möchte das ganze jetzt wirklich entspannt und langsam wieder angehen mit tobi lotter wie gesagt schaut gerne diesen sonntag beim offiziellen bb blocksberg youtube kanal vorbei um 16 uhr laden sie nämlich ein video hoch das ich für sie produzieren durfte und schreibt dann gerne unterhalb des videos auf den kanal von bb blocksberg wie ihr die idee findet und falls ihr noch mehr solche videos sehen wollt dann schreibt das ebenfalls unter dem video bei bb blocksberg also ich würde mich auf jeden fall freuen wenn ihr vorbeischaut und ja happy birthday tobi lotter und ich hoffe ihr seid auch weiterhin dabei und bleibt auf jeden fall kreativ und gespannt bis bald tschüss bis bald